Ein schönen guten Tag auf Transportfever. Hier ist wieder Nessie Zockt. So, wo waren wir denn hier nochmal? Wir wollten doch hier die Strecke updaten. Ja, diese hier. Genau, was bist du denn für eine Strecke? Du bist doch hier nach Dresden. Gut, das machen wir auch nochmal schnell. Dann haben wir das auch erledigt. Genau. Einer bitte drehen. Genau. Ich will auch nehmen diese hier. Ohne Überleitung einfach noch. Dann hoffe ich mal, wir kommen hier durch. Wir kommen hier durch. Bitte, 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 sag ja. Gott sei Dank. So, hier muss ich den abreißen. Erstmal. Also komme ich hier nicht. Ja, halt eine Klappe jetzt hier. So, wir nehmen hier rein. Hier können wir mal ein Schöne X-Ton hier. Ja ja, man kann ja nicht so viel rum hier. So, äh ja, hier kommt der Zweichel erstmal und dann kommt die Singelode. Wie sieht es hier aus? Kann ich irgendwas verändern schauen? Jaaa, was nehmen wir denn hier jetzt endlich? Wie nehmen diese hier? So, wir wollten eine X-Weiche machen. Genau, hier ist noch ein Gleis. Steigung zu groß, ich klippe aus. Wo ist denn Steigung zu groß? Warum ich gleich so? So, hier kommt ein Singer hin. So, hier kommt ein Signal hin. Gut, das ist auch ungeändert. Ist auch diesen hier. So, dann gibt es hier vorne ein Blocksignal. Äh, mal hier. Okay, jetzt geht es weiter nach vorne. So, dann drücken wir uns mal um. So, und kriegst du hier dein Signal hin. So, oh. Mh, machen wir doch bisschen... Ein bisschen zu nah dran, da. Machen wir doch mal... Hier hin. Ist okay? Ja, ist okay. Okay, ja ist okay. Okay. Wie sieht's aus? Sieht wunderbar aus. Gut. Ich merke hier auch noch meinen zweiten Zug drauf. Denn... Okay. Dann kriegst du dein Aufsignal jetzt hier hin. Es sind hier noch nicht so viele Leute. Aber... Dresden, stimmt's? Nee, es ist Berlin. Uh, Berlin. Berlin braucht ja noch mehr Züge. Genau. Ja, und von Berlin ab... Wie geht's denn los? Wie schnelle Züge denn? Äh, was wollte ich denn denn jetzt? Ach, du! Das war die Kamera. Genau. So, dann kriegst du die ganz schnelle Lok. Das ist diese hier. Die fährt 120. Dann muss ich mir ja auch alles umtauschen. Und... Jupp. Oh... Äh... Personenwahl. Wie sie... Kosten du? Genau. Eins, zwei, drei... Wie schnell wärst du denn? Achja. Drei... Vier... Fünf... Ausreichen. Für erst mal. Genau. Jut. 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 Jetzt drehen wir uns mal um. Die macht auch im Verschnitt erstmal Verluste. Ist logisch. Okay, machen wir ein Tat mal weg. Und machen wir ein schönes Bildchen. Gleich. Aber es sind mehrere. Gut. Jetzt wieder hat die an. Okay. So. Dann machen wir mal Fasersatz. Ja. Jetzt erstmal weg. Und nehmen wir gleich neue Züge. Hier wieder hin. Was ich auch gekauft habe. Erstmal. Ja, dich kannst du einfach weg machen. Du fährst hier. Was kommt denn jetzt? Kann ich das doch mal erst umändern? Nein. Jetzt sind noch Lokomotiven. Gut. Ähm. Wagenskotika. Achso. Äh. Personenwagens. Die HG noch. Und. Ja. Ja. So weit war das. Okay. Dann machen wir mal ein. Wow. Ist hier was los. So. Kann man auch hier langsam die Straßen abgehen? Oh. Die Straßen kann man jetzt auch langsam hier updaten. Automatisch. Ja. Elektrisch. Automatisch. Ja. Okay. Okay. Das kann ja auch sein jetzt. Waren hier. Das kann ja auch sein jetzt. Waren hier. Der Zug jetzt umhlt euch drin. Sonst mag ich es sofort. Warte mal. Nein. Macht er nicht. Den Mann wird. Äh. Sofort. Okay. Gut. Ist auch erledigt. Bei der nächste Einfahrt. Mit da oben getauscht. Bei der nächste Einfahrt. Mit da oben getauscht. Das sieht toll aus. Das blinkt so schön alles. Das blinkt so schön alles. gut. Gut. Ähm. Ähm. Eine Frage, kriegt Dresden Lebensmittel? Ja. Dresden kriegt Lebensmittel. Okay. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir von Berlin an. Nein, hier nicht. Nein, ich wollte nach Berlin. Wir wollen jetzt auch langsam mal... Berlin war hier. Genau. So. So, der Bahnhof wird abgedatet. Hier aufrüsten. Oh, Geschwindigkeit. Oh, nee. Oder? Äh... Hallo! Oh, in Hamburg. So, warum kann ich nicht updaten? Oh, das ist schön. Jetzt ist die Australien. Ja. 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 so kann ich jetzt updaten erstmal Oberleitung Hallo gut ok ich weiß was los ist die Häuser abgerissen ist mir so egal ich muss die Straße auch noch abreißen die Haltestellen müssen auch wieder reingemacht werden nur weil man abbilden will Oberleitung ein Gebäude verschwindet gut so kann ich jetzt die Straße wieder hin machen das wäre so schön so 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 Leute Bus-Haltestellen wo sind die denn hier so 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 Hallo So, es liegt jetzt auch wieder eingezeichnet, genau, okay, dann können sie wieder weiterfahren. Oh, ihr könnt sie da hinten wieder zubauen, das ist mir so fast egal. Nee, 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 es darf ja einfach nicht wahr sein. So, Hamburg. Wir ziehen nach Hamburg, hier hin. Was will ich denn hier am liebsten machen? Will ich hier einen schönen... Mama, stopp. Jetzt reißen wir mal hier ab. So, ich reißen wir jetzt alles ab, wie nachher zu spät. Und mal gucken, ob wir hier einen Bahnhof hier machen können. Du kommst auch noch weg. Du stürzt. Jut. 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 Wintergrund. Jut. Ach du bist unterirdisch. Achso, nein. So, die Krümmer bitte nicht so schief machen. Ja, aber ihr plappt auf die andere Seite bitte. Und wir wollen hier nicht drehen. Und den Y dann hier ran. Die drehen ich auch noch mal ein bisschen. Gut, sieht sehr wunderbar aus. Aber mit mehreren Gleisen. Mit acht Gleisen. Hallo, bitte, bitte, bitte. Ja, Oberleitung, zweiten Straßenanschluss. Oh ja. Damit wir hinten auch schon alles verbauen können. Okay. Ja. So, Hamburg kriegt auch gleich einen, die Güter, äh, auch seinen Güterbahnhof. Sonst vergiss ich die nachher. Aber die hier. Aber bitte gerade. Und einmal drehen bitte. So, dann war ich da Standard. Zweiten Straßenanschluss. Ja, kann bleiben. Aber, hm, ja, wird es immer besser wie zu lang wie zu kurz. Und ich mach mal so hin. So. Jut. Jut. Dann bauen wir mal hier eine Straße lang. Mittelgröße. Jut. 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 So, dann geht es weiter. Aber hier gehen wir rechts da lang. So, und dann... ...mach von hier. Nach da. Und das Rest darf ich auf die Stadt alleine machen. Genau. Gut. Wie lange nehme ich schon auf? Aha! Gut, dann fahren wir mal langsam an. Welche Klasse nehmen wir denn für Berlin? Wir nehmen lieber... ...dieses Gleis. Aber hohe Geschwindigkeit und gleich Oberleitung. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Okay. Nimm mal. Nimm mal mit dem so. Und geht weiter. So, machen wir gleich die Straße wieder hin. Und dann... ...dass ist die... ...dass ist die... ...dass ist die... ...dass ist die hier. Das stimmt. Okay. Ich find's dann zuhören. Ah! Die Brücke ist weg. Wenn ich gleich ein bisschen herzubauen muss! Wenn ich gleich ein bisschen herbauen muss... Oh! Mach' doch hier! Ich verdiene hier kein Geld. hier. So. So. Wir gucken mal. Es geht wunderbar. Aber wir nehmen gleich die Zeit hier. So. Klapp. Prima. Jut, dann machen wir gleich anders. Dann machen wir bla bla. So. 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 Warte mal. So. 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 So, Entschuldigung, kann ich das hier wieder wegmachen, das brauchen wir nicht mehr. Gut, okay, dann gehts weiter. Leute, ich werde mich wirklich verarschen hier, hm? So, wir drehen uns mal um. Wo ist Berlin? Hallo? Berlin ist da. Ja, wir drehen uns. Was kommt denn jetzt? Hoffentlich kommen wieder die schnelle Züge. Ja, sieht ja nicht schlecht aus. Okay. Die wollen, wenn ich die Straße abreißen will, mache ich doch gerne. Kein Problem. Gut. Jetzt kommen meine Züge langsam ohne Lachs. Juhu. Juhu. So. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist es gut! Wow! So, kacke kacke kacke. Brauch ich jetzt mal. Da ist das mal wieder gesagt, dass ich den Appetit film habe. Und dann. Komm mal. So, kriegst du dich an? Jupp. Dich ran. Gut. Gut, Leute. Dann machen wir erstmal Schluss. Wieso mein Zug? Hier. Hier. Da ist einer. Gut. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Euer Nessi-Zug. Sagt ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.